Mein Cutter sagt, oh ein Intro wäre schön. Hier. Ah, das ist so viel. Ich spiele mal, das braucht schon so oft die Hilfe deiner Kollegen. Ihr müsst so hart auf einem Level sein. Ich hab noch... So, hier, Killauftrag, let's go. Sind die da noch drin? Oh ja. Ein K.O. Ja, jetzt pushen die zu dir. Nochmal K.O. Äh, tot? Ich glaub, ich hab die beide. Meine Granaten haben so gesessen, what the f***. Die sind halt wirklich an der Decke noch ganz knapp kleben geblieben. Die hatten noch keine eigenen Waffen, oder? Wo ist eine? An der Garage hier. Ah, warum zeigt er sich nicht mehr? Warum wackele ich wie ein Verrückter? Der ist K.O., der Linke. Das erst mal zu... Ähm... Oh. Okay. Die fahren weiter. Hinter mir. Ja, ich seh's. Zack. Er ist K.O. Und finished. Hm, Junge, dieser Modus, ne? Hahaha. Oh, ich find das, ne? Nice one, nice one. Oh, links ist einer, okay. Einer war vor euch. Hinter dem Zug ist einer. Sheetbreak bei dem oben drinnen, weil er Fenster hatte. Der eine ist beim Lobby. Einer K.O. Finished. Der Laster ist sowas wie 3-4-Schuss. Dann ist er tot. Absolut wie ein nasser Sack zum Boden geglitten. Bleah. Einer noch. Oh, wir haben den Bleichen leider angevisiert. Ich hab mal einer noch. Ich hab mal einen noch. Ich hab mal einen noch. Ich hab mal einen noch. Hä? Sniper-Money oder Eier-Money? Einer K.O. Nein. Komm, gön. Nice. Elfen Meter hier drin. Im Eck. Ich hab was gestunnt. Mehrere Leute. Drei Leute. Alle tot. Hahaha. Was war das, der Junge? Die Stun war einfach so perfekt. Holy. Äh, hallo? Hier? Das sind mehrere. Er duckt sich hin. Er leidet im perfekten Moment. Oh, der im Sprung erwischt. Einen finished. Einer war noch rechts da. Ja, in den Zelten ist einer. Zelt ist down. Okay. Genau, ein Fake-Eingang. Hinter mich? Äh, hier. Oh, ja, das sind die von oben. Ähm. Ey, warum testest du nicht? Dankeschön, aber der ist tot jetzt. Also, chaot. Entschuldigung. Äh, wie? Der geht auf Finish. Die sind halt eigentlich so ein schlechter Posi. Und wir haben das Problem mit mehreren Leuten gleichzeitig, ja? Hier kommt einer. Hab ihn. Gut markiert. Sheetbreak wieder in den Kopf. Ich verstehe es gerade nicht mehr. Warum? Okay. Einer chaot. Nein. Come on. Ich sehe ihn nicht. In dem Modus einfach immer spannend. Gibt kein Durchatmen. Da kommen Leute. Ja, hier ist einer. Schieb. Okay. Komm mal zu dir. Einer chaot. Einer im Bus jetzt. Und einer links runter. Das sind die von Stadium. Nice one. Keiner noch. Nice one, nice one. Ein dritter müsste noch existieren. Das Gas weichert sich aus. Einer chaot nochmal von denen. Das ist der letzte. Sheetbreak. Ja. Shield Hit. Ey. Bro. Ja. Ja. Danke. Shield Break und dann nochmal ein Hitmarker. Pff. Da kommen noch zwei Schreiber. Entschuldigung. Oh. Schlecht geschossen. Drehst du hier auf mich? Ja, Laster kommen auf mich zu. Vorsicht. What? Ich hab grad nix dagegen. Einer tot. Ich bin leider überfahren worden. Aber. Maybe. Oh. Schade mal. Schade mal. Ja, hatten wir die Chance, ne? Die zwei Lasterfahrer waren tatsächlich mal das Schlimmere. Let's freaking go, boys. Ja, eben. Oder Stufenleiter. Ja, genau. Lansen, Junge, wirklich. Ich glaub's aber doch. Oh, die Sch***. Ich hab' mich fast ungebracht. Ach so, okay. Wie er alle drei da draufsteht. Ich hab' ihn gerade vor mir, direkt vor mir, direkt vor mir. Ach, Schildbreak, einer. Ja, die Jagd. Soll ich dann hier bleiben, oder was? Einer Schildbreak wieder. Ah, nein, ich bin so schlecht. Wo? Hier. Da. Kommt grad zu dir. Ja, bei mir. Hier, hier. Hier, hier, low. Alter, kommt noch einer. Kommt noch einer. Gleiche Richtung. Nee, hier ist er. Er hat keinen Sch***. Oh, er hatte keinen Kopf. Ist das zum Kotzen. Yeah. Das ist der Sound eines LKWs. Soll ich einfach drauf fliegen? Ja, fliegen Sie drauf, Herr Gabel. Also, unter Fliegen hab' ich mir was anderes vorgestellt. Ja, okay. Warte, warte. Jetzt aber. Oh mein Gott. Perfekte Landung, what the f***. Oh, au, au, Vorsicht. Au, 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 au. Ich komm' hier nicht raus, glaub' ich. Was ist hier? Oh, jemand. Aua, oben drauf. Hier. Auf, dann. Schiff weg. Nock. Keine Ahnung. Ist das wirklich? Nee, nee, er ist jetzt unter der Kumpel. Aber da hat so'n, so'n Galgen. Okay. Meine Waffe war einfach besser. Der ist so krank. Haben wir den unten jetzt hier an der Brücke? Nee. Da. Da vorne ist einer. Hab' ihn. Junge, das ist so irritierend, wenn die einfach plötzlich Positionen auf dich haben, nur weil die respawnen, ne? Ja. Auf, Geh, okay, ja. Ja, ich versuche. Oh, 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 oh. Oh, jetzt geht's. Und unten ist auch noch einer. Also, warte, einer pusht. Ich hab' Tower-Einde gedowned. Ist das spät? Ich mach' nur noch Shield-Break. Oh, oh, oh. Danson ist alleine. Ja. Ich hab' keine Platten. Einer K.O. Danson. Da vorne den. Ich kann nicht markieren. Der da. Kann nicht markieren. Ja, dann hab' ich. Keine Ahnung, was der gemacht hat. Auto mitten im Osten. Hier der. Da guitt du ganz Georg was abgebend an Geld. Kimmt. Er scheint allein zu sein. Ich treff' den halt echt nicht, ne? Oh, sie bricht. Oh, Babydance. Let's go. Auto, Auto, Auto auf uns zu. Im Osten. Oh, er ist auf. Er ist knocked. Keine knocked. GG. Hier, hier, schnell, schnell, schnell. Schleifer oben und ist down. Ja, K.O. Der oben. Kommt noch einer. Nice one, nice one, nice one. Ich sehe niemanden. Ich sehe niemanden. Da hinten. Da hinten sehe ich jemanden. Oh, Auto, Vorsicht. Einer knock. Wir haben den gleichzeitig getroffen. LOL. Ich glaube, das Auto ist kaputt. Oh, er nimmt einen Quarter. Fabin, Fabin, Fabin. Er nimmt das Quarter neben. Ich war gerade so verwirrt, Dancen. Ich habe nämlich einen Hitmarker bekommen. It's only one left. Quickscopes only. Ich bin genau beim Loadout. Quickscop ins Gesicht. Ah, der ist rechts rum. Ah, der ist die andere Seite. Okay. Mein Finisher. Oh, das war richtig gemein. Jungs, vielen, vielen Dank für die Zeit. Habt sehr viel Spaß gemacht. Und einen schönen Abend. Yo. Bye.